Willkommen hier bei Profischnab.de in Empfingen. Heute zeige ich Ihnen mal kein Polsterwirbel, sondern ich zeige Ihnen Kissen. Wir haben eine Unmenge an Kissen bekommen von einem Vorlieferanten von Ewald Schillig. Ewald Schillig hat ja leider Insolvenz gemacht und deshalb sind auch diese Kissen jetzt als Posten bei uns so günstig verfügbar. Mit Inlet in Polstermöbelstoffen, vielfältig in der Gestaltung und in der Farbgebung. Wir haben Kissen Redankolo, also rechteckig. Die sind dann 50 auf 30 und wir haben Kissen 45, 45. Diese Kissen wurden verkauft mal für 50, 60, 70 Euro das Stück. Bei uns kosten sie jetzt zwischen 15 Euro und 29 Euro. Also ein Bruchteil dessen. Ich zeige Ihnen mal noch ein paar schöne Muster. Hier habe ich zum Beispiel hier wieder ein rechteckiges. Dezente Farben, warme Farben, Rückseite in Mikrofaser. Braun, hier etwas wilder, aber auch sehr schöne Farben. Rückseite in Mikrofaser, hell. Dann habe ich hier meine Lieblingskissen. Ich nenne die Dali Click. Hier habe ich wieder das rechteckige und das runde mit lauter Punkten. Sehr schöne Farbgestaltung von Anthrazit über Weinrot, Hellrot bis Orange-Gelb. Rückseite, Mikrofaser, Bordeaux. Dann habe ich natürlich hier noch eine ganz tolle Kissen. Ich nenne sie Zig-Zag. Man hat zwei verschiedene Farben, wieder rechteckig und quadratisch. Zick-zack. Hier eben diese Blau-Lila und hier eben diese Rot-Gelb. Das kostet zum Beispiel 19 Euro. Wir haben insgesamt 500 Kissen gekauft. Wunderbar zum Dekorieren. Sie finden alle online unter sonstiges Kissen bei uns. Ich zeige Ihnen hier noch eins. Das gefällt mir richtig gut. Ornamente hier in ganz intensiven Farben. Rot, Gelb, Grün und hier in etwas flacheren Farben für Naturtöne. Rückseite hier Creme und hier Senf. Also ganz tolle Kissen zu absoluten Sparpreisen. Kaufen Sie sich ein paar Kissen zur Dekor. Sie haben zum Beispiel gerade diese kleinen Kissen wunderbar. Lendenwirbelstütze. Diese Kissen machen sich immer sehr gut, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Die Kissen laufen bei uns unter Luigi Ravanelli. Posten, Vorlieferant Evald Schillig. 15, 19, 22, 29 Euro inklusive Versand. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Dann sehe ich Sie in Empfingen. Das sehen Sie. Dannßen geht es mit den Kissen, 100 Minuten. Dann brünen Sie eine Lament yющibe. Vielen Dank.